Kopf weiter, jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, unentschieden. Die Flagge kommt gut rein, und er passt, super Kopfball! Er schießt, das ist noch gefährlich. Starke Flanke, der Ball zappelt im Netz, sie sind zurück in diesem Spiel. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwehren. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das, da stimmen einfach die Abläufe, die man hier nochmal deutlich erkennen kann.